Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greed Vault. So, wir müssen jetzt den Verwandten erzählen, dass wir die Leichen gefunden haben und dass wir, ja, dass sie tot sind. Truly sorry, your brother is dead. Andi vushtiere. May the earth welcome him. I felt it. How did it come to pass? He knew every stone on our lands. It couldn't have been an accident. He had a liaison with a young girl from the village. They would meet in a clearing. They must have forgotten the hour. Night took them by surprise, and a Tenlen crossed their path. I found both of them in the cavern of the beast. How terrible. Why did he go to see the girl in secrecy? They could have... I must recover his body, to give it up to the earth, as is our custom. Where is it? With the body of the girl he loved. In a cavern, near the clearing. But it is a dangerous place. Other Tenlen's might still be roaming there. Though I did kill quite a few. I have a duty owed to my little brother. Thank you, on all Manawi. I will not forget this. I must be leaving. Was haben wir noch? Die Schwester. Das ist natürlich ein hartes Schicksal, ne? Also, es ist total... Es ist traurig. Es ist wirklich richtig traurig. Ah. Ich konnte mir nicht zusammen sein. Do you have any news? Do you know where my sister is? Yes. I'm truly very sorry. Oh no. Nah. Ser Tonsidag. Please do not tell me that she is dead. I found her body in the lair of a great Tenlen. Not far from the clearing. But how could she have been surprised by the beasts? She knew the danger. She went out to meet the young fishermen. The time must have flown by into the night. I am so sorry. We found them both dead. I must bring her body back to carry out the rite. You should not go alone. I killed as many as I could, but it would be better to be prudent. I shall follow your council on all Manawi. Two deaths are enough. Thank you. Thank you. I must leave now. So. Ähm, ja. Ähm. Jetzt habe ich mich da ja drum gekümmert. Jetzt ist natürlich... ...vertreibe die Missionare. Aber wie? Gut. Ich habe einiges erfahren. Ich weiß aber nicht, wo ich hier zu den Missionaren wiederkomme. ...unsens. Die waren ja irgendwo da hinten. Warum? Ich krieg keinen Marker mehr rein. Jetzt muss ich natürlich jetzt überlegen. Über die Brücke war ich. Am Zelt vorbei war ich auch. Nee, hier muss ich rein. Und wäre ich jetzt weg gewesen. So, bin ich mal gespannt. Ich kämpfe gegen eine große Zahl der Tenlands. Eine, eine sehr schreckliche Schöne. Eine große, blöde Schöne. Its mere presence seemed to aggravate die anderen, attracten sie und machten sie aggressiv. Eine Schöne, die von den Demen, sicherlich. Aber... Stop taking mich für eine Fülle. Wir haben auch ein Journal aus dem Ihren Vicious Plan. Ich habe nur ein paar Tipps zu geben. Leave and quickly. Or the Mother Cardinal will learn every detail of your manipulations. We shall be leaving as soon as possible. But let it be known that you are abandoning all of these poor souls to damnation. Perhaps you should be more concerned about your own soul, sister. People have died by your fault. The nests are destroyed. And with the death of the White Tenlen, the attacks should cease. We were even able to convince the missionaries to leave. Cadizac should be willing to follow us now. Let us go and find him. Ich will aber trotzdem mal rein. Tagebuch der Missionarin Mutter. Unsere Mission dauerte viel länger als erwartet. Diese armen Wilden klammern sich an ihre kindlichen Glauben und weigern sich das Licht zu sehen, das ihre Seelen retten könnte. Wir müssen die größte Geduld aufbringen, um sie einen nach den anderen zu überzeugen. Leider trübt dieser unerwartete Widerwille die Moral meiner Kollegen und ich habe einen von ihnen dabei überrascht, als er sich einem dieser Kinder aufzwang. Er schien voller Reue zu sein und versicherte mir, dass er es nicht noch einmal tun würde, aber ich bin überzeugt, dass er nicht der einzige Sünder ist. Wenn und es nicht der erste Vorfall dieser Art war. Diese Narren. Jetzt muss ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dafür zu sorgen, dass ihre Taten geheim bleiben. Wenn unser Orden oder ihre Mutter oder die Mutter Kardinalin davon erfährt, werden wir alle zurück zum Kontinent geschickt und sogar verurteilt. Wow. Man hätte von hier aus irgendwo reingehen können. Wie? Tell me. So bin ich ja gar nicht, so wäre ich ja gar nicht reingekommen. Die stand ja da direkt. Wie hätte ich das denn machen sollen? Naja gut. Ähm. Äh. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm. Dass sie schon wieder irgendwo Monster sind, ne? Auf jeden Fall. Unhört, unhört. Ihr wird vergesslich, ey. Ja. Das wollte ich sagen. Genau. Ähm. Ich hab absolut nichts gegen Christen. Überhaupt nicht. Aber das ist mit denen genauso wie mit Veganern. Oder, äh. Also, oder Vegetarier. Weil, ähm. Ich hab auch nichts gegen die, die können essen, was sie wollen. Und sie können vegetarisch leben. Äh. Oder vegan leben. Ähm. Aber ich möchte gerne mein Stück Fleisch essen. Und die sollen mich dann halt in Ruhe lassen. Weil ich hasse nichts mehr. Und das haben die, diese äh. 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 Das war's für die Missionen. Wir konnten sie überlegen, aber sie waren nicht bereit für sie zu verabschieden. Aber sie waren nicht bereit, um ihre Involvement in den Attacks zu verabschieden. Und so, sie waren in eine Art, Weise verantwortlich. Ich habe meine Sorgen, aber ich konnte nicht sehen, ihre Reasons zu verabschieden. Sie broughten eine besonders großartige Beast hier, das in den anderen zu verabschieden und verabschieden. Das ist das, was die Angelegenheit hat, und die Angelegenheit hat. Diese Menschen haben ihre Hände in ihren Händen. In der Ende, wir haben die Missing Young Ones gefunden. Alas, zu late. Devoniert von Wild Beasts. Undivorgen Teer Ent. Du hast gut, Onal Manaui. Jetzt werden sie zu finden. Will ich mich jetzt? Mein Cousin braucht eure Hilfe. Ich habe packt, was braucht. Ich bin bereit, mit euch zu reisen. Ich habe da gerade meinen Vater erst gelesen. Ich dachte, wo ist denn der? Ich habe gar nicht Vetter gelesen. Ich finde die Übersetzung immer so kacke, dass da steht Vetter, ne? Und dann da so Cousin. Ich meine, sag doch Cousin, ne? Das ist das... So, das haben wir auch. Das ist das Herz. Das wird die Mögen. Das wird die Mögen. Die Mögen. Ich bin nicht mehr in die Mögen. Es ist wie ein Schwanzer in einer Marionette setzend, verwendet durch ein Feuer. Das Moment wird nahe, nicht es? Ich werde meinen Geist zu dem Reeper des Souls geben. Du flutter in, wenn du musst, Cousin. Wie immer. Wer sind Sie? Ihre Hand ist cold als Eis. Ihr cousin ist burning. Das ist so ein Relief. Ich zeigte Katasach Konstantin. Er ist die größte Healer auf der Island. Er wird dir helfen. Bitte, bleiben Sie. Ich bin hier für Sie, R'nachse, und ich werde nicht weg, bis ich einen Weg finden, um zu schaden, und zu schaden. Ich werde dir das Gefühl, mit der Bezüge des Oseens. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich werde. Ich habe nie gesehen, wie eine Krankheit. Die Spirits von Ihren Land muss es sehr verrückte, um zu schaden, zu schaden, auf die Menschen, die dort leben. Das ist sehr interessant. Das war mir aber klar, das Leid... Ich will immer das Lied sagen. So, bevor wir jetzt aber jetzt hier irgendwie weiter latschen... Ähm... Was? Ich trage zu viel? Kann das denn sein? Gehen wir jetzt erstmal hoch zu diesem Konstellion-Dingsbums da, wegen der Mine und dem Holz und der ganzen Klamotten da. Äh... War das richtig? Ja, Mist. Nein! Hä? Was hier? Da ist er doch. Sir de Corsillon. Das Sade, mein junger Student. Was kann ich für dich tun? Ich habe dich gefragt, über eine Mine neben Vigigador. Es war closed für eine lange Zeit für security reasons. Aber jemand hat angefangen, es wieder zu Beginn. Hm. Ich denke, dass eine Concession in diesem Bereich war sold zu einem Master Mayard. However, ich glaube nicht, die Details von der Contracte. Es war erstattet von der vorherigen Regierung. Er ist ein riche Merchant von Serene, die auf dem Island nur eine kurze Zeit bevor wir haben. Die Leute sagen, er ist unscrupulous. Unscrupulous? Das ist ein understatement. Das Mann hat einige Natives captured, und er ist sie als zu arbeiten in dieser Mine. Oh, no. Mehr habe ich nicht. So, ich habe aber drei Fähigkeitpunkte. Wieso funktioniert das eigentlich mit der Dingens nicht bei mir? ähm. Oh, ich habe ja noch Petrus die Sünden von Vater Petrus. Oh! Oh, ich kann noch nicht mit Dingens hier. hier. Oh mein Gott. Ich muss Petrus die ganzen Aufgabe noch erfüllen. Jesus. Ganz vergessen. Ja, ich hätte jetzt wieder nach oben gehen, aber sonst. Ich gehe zu meinem Haus, das ist mir sicherer irgendwie. Sonst drücke ich nachher noch auf Konstantin. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das jetzt bald gleich zu Ende ist, das Spiel. Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe nur ein dumpes Gefühl. So, Petrus. Das ist Kurt. Da ist Petrus. Ich möchte mich für das. Und helfen Sie zu finden. Ihr Familie wieder. Wie solltest du das tun? Wie solltest du das tun? Als du jetzt wissen, ich wusste deine Mutter. Wir hatten Probleme zu kommunizieren, natürlich. Aber wir haben plötzlich gelernt zu verstehen. Sie war wichtig in ihrer Stadt. Based auf was ich heute weiß, ich glaube, sie war ein Denehgad. Sie hat mir gesagt, ihr Name. Erelwyn. Und sie hat mir gesagt, ihr Familie. Sie hat mir sogar ein Pendant für dich. Du warst nur ein Kind, so ich gab es zu Mrs. De Sade für safekeeping. Sie hat mir eine Karte, als ich sie gesagt habe. Sie hat mir gesagt, es war eine Familie Heirloom. Hat meine Mutter gesagt, die Name der Stadt? Nein. Aber ich bin sicher, die Nords können uns helfen. Sie waren diejenigen, die deine Mutter nach dem Kontinent. Es war so lange vor. Wie kann ich wissen, wenn sie mich erinnern haben? Die Nords schreiben alles, nach dem wunderschönen Wind. Sie haben wohl etwas geschrieben, in einem Logbuch irgendwo geschrieben. Also, willst du versuchen, zu herausfinden, woher du kommst? Willst du deine Freunde finden? Willst du deine Freunde finden? Auf jeden Fall. Ja. Das ist so neu für mich. Aber ich glaube so. Ja. Lass uns gehen dann. So, dann schmeißen wir diesmal Kurt raus. Weil ich hätte gerne Siora dabei. Wegen der Sache halt, dass ich, ne? Halt, äh, eine... Dingshot bin. Und ich möchte wissen, ob sie was dazu sagt. Zu meiner Mutter, äh, oder zu dem Dorf, oder der, äh, zu dem wir gehören, oder der Familie, die, äh, äh, noch übrig ist. Und dann müsste ich eigentlich mal wieder ein paar Sachen machen. Ein paar Tränke und so. Kann sein, dass es jetzt hier in der Stadt wieder ein bisschen hakt. Oh nein. Ich bin in eine schwierige Situation, und deine Hilfe wäre invaluable. Ich höre, Admiral. Captain Reuben warned me that he suspected a member of his crew of being a spy. It is almost certain she sent secret navigation information to foreigners. Why ask me to take care of it? This is a very serious accusation. One that results in a member of the guild being expelled. The Norts are like a family, very connected, but also likely to carry resentment. I think an external view is required to be certain that there will be no bias. Anyway, their ship is anchored at New Serene. Your authority will allow you to get more answers than us. I see. What is the exact nature of the information that could have been sent? It's up to you to find out. But all the Norts know how we navigate our ships. You've seen the techniques we use, and you know we want to keep them secret. I agree. Where can I find Captain Reuben? At the port in your town. You know his ship. It was Captain Vasco's before he landed. I'm counting on you, Your Excellency. We must shed light on this case. I have come to talk to you about a personal matter. After what I revealed to you, I was sure you would come back to find me. What would you like to know? You told me that I was born on one of your ships. From a native captured on the island. We'd like to know about this woman's origins. I'm afraid I can't help you. I did not take part in those expeditions. And our old archives are far from here. Is there no one on tier 3D who can help us? Please. Very well. I do know an old captain who could perhaps help you out. Where can he be found? His ship is moored in the port of Hikmet, if I'm not mistaken. His name is Captain Lissandro. Thank you for your help, Admiral. De Sarde? Yes, Admiral? Don't get too caught up in the past. That one in particular. Nothing good will come of it. Whether or not we choose to get caught up in it, Admiral, the past always catches up with us. Sadly, I'm paying the price of this. Hmm. Ja gut, äh, ich würde das jetzt aber erst hier mit dem einen machen. Äh. Findet die Admiralin? Ja, weil wir sind ja jetzt gerade hier in der Nähe. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ne? Ja gut. Das ist glaube ich. Ja ähn! Ja... Ja gut. Ich möchte lieber sagen. Ja. 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 Sie haben gesagt, dass Sie einen von Ihren Crew-Members erwähnt haben. Ja, das junge Apprentiss-Sailor, Alba. Sie ist eine Kommission-Volunteer von Telleme. Sie hat uns nur ein kurzer Zeit geholfen. Sie wollen etwas anderes wissen? Was hat Sie dazu gebracht? Die Frau-Behaviour. Sie war sehr stolz, sehr willig. Almost zu viel. Dann, plötzlich, sie wurde nervös. Sie hat sich isoliert, und nicht mit anderen sprechen. Sie ist eine gewünschte Begründung, die in der Verkaufung hat einige Sorgen über ihre vocation. Manchmal habe ich sie verletzt, um sie zu meiner Kabinie. Meine Bücher wurden oft verletzt. Und seitdem wir nach Porn zurückgekommen, sie ist fast nicht auf die Begründung. Sie können meine Begründung verstehen, aber Sie sollten wahrscheinlich mit den anderen Mitgliedern der Crew reden. Sie wissen etwas anderes. Sie wollen etwas anderes wissen? Sie wissen, welche Informationen sie vielleicht senden? Ich weiß nicht genau, was Sie wissen, über unsere Navigation Methoden. Sie sagen, dass die Magik nicht viel zu tun hat. Ich verstehe. Nun, natürlich, sie weiß das, auch. Sie sahen einige unserer Maschinen an Bord. Und indem sie durch meine Bücher suchen, sie konnte noch mehr Informationen verletzten. Sie wollen etwas anderes wissen? Das ist alles, Kapitän, danke dir. Jetzt soll ich die Mannschaft befragen. Das können wir ja ganz gerne tun. Hey, happy to see you again. How have things been going for you since your crossing? Good, thank you. Even if I've quite a list of errands to check off. Then straight to it. What can I do for you? I'm looking for a Nought. A young woman going by the name of Alba. I know her. She joined our crew at the same time as our new captain. Did you try the tavern? Don't give me that look there. I've kept from the bottle since that story with Jonas, you know that, no matter when we're at dock, there's nothing much else to do. It might be that little Alba went there to take a look. Anything else? Ja, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht, was er gemacht hat. Excellency. It's a pleasure. What could I do for you? After Kimmeetle. Can you tell me anything about Alba? Well, I don't know her very well. She only joined our crew recently. But she pulls her away. You can't hold that against her. You might say she shows a little too much zeal even, at times. That being said, ever since we got here, I found her a little distraught. You could even say nervous. Would you know where I could find her? No. I wouldn't. Well, she missed roll call. Well, I hope she didn't do something stupid. These committed volunteers, we never know if we can trust them. Anything else? I need to be off. Perhaps we'll meet later. Farewell, then. Your Excellency. Your Excellency. I am so pleased to see you again. Hmm. The pleasure is shared. What can I do for you? I would like you to tell me anything you can about a member of your crew. Alba. She joined our party recently. But I like her already. She works hard, and is full of courage. You know, she is one of those rare knots that joined of her own volition. And she did everything she could to become one of our own. Until we arrived here, she suddenly became distraught and frightened. It brought back memories. It brought back memories. Do you know where I could find her? I'd like to ask her some questions. No, I've not seen her for a while. Maybe at the tavern? She was playing cards there from time to time. Anything else, Your Excellency? I'm afraid I need to be going. Watch out for yourself. Oh. In the temple, you know. These little secrets have not helped us a great deal. This Alba had just enlisted. She was happy, then changed her attitude. But is she a spy? We were told that she was sometimes at the tavern. We should take a look there. Taverna, 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 taverna. This time, you are going too far. I will not let you say one more word. That's it. Come on, gentlemen. Please calm down. Who are you to give us orders? That's true. You wanna see our taft all? You don't know who you're messing with. My child, I doubt that your job as Legate involves managing fights between drunkards. You'd better get out of here. Unless you want to end up in jail. Ooh! She thinks we'll allow that to happen! En garde, sir! En garde! En garde! En garde! En garde! Und jetzt, schuld. Ich wollte die Sache ja einfach nur beenden. das claymore gefällt mir gab es davon nicht mal ein anime so will also dass ich glaube schon der so ein bisschen ähnlich war irgendwie das war auch so mutanten oder sowas meine ich auf jeden fall nach versorgungsproblem damit aber ansprechen eine flasche kaufen und sie zum trinken und zum trinken anzubieten das man für die quarter master of the barracks told me about your supply problem ach das ist das genau so wir haben aber hier noch irgendwas ich nehme mal das hier so jetzt habe ich eine schnappsplasche mal gucken und jetzt tue ich mal alba so die zeit ist auch schon wieder um ich sage dann mal tschüss bis zum nächsten mal